Ist die Luft raus? Ja, ich würde nicht sagen, dass die Luft komplett raus ist. Das nicht. Aber man merkt natürlich schon einen deutlichen Zurückgang an richtigen Hype-Releases. Vor allen Dingen an so Hype-Releases, die so ein bisschen brandgesteuert sind auch. Wo eine Kollabo hintersteckt, wo, keine Ahnung, eine Limitation hintersteckt oder irgendeine andere krasse Story. Das findet man jetzt deutlich weniger. Da gab es jetzt letztes Jahr, und vielleicht letztes Jahr ging es auch schon los, noch deutlich mehr. Also jetzt gerade so, was den Resell-Markt betrifft, also Resell-Value oder sowas. Da findet man jetzt aktuell nicht mehr so viel. Dafür Schuhe, die, ich sag mal, vielleicht nicht gehypt sind, aber trendy sind. Also schon sehr beliebt und populär, aber jetzt nicht so ein klassischer Hype-Sneaker sind, wie zum Beispiel Sambas. Ich meine, das ist jetzt nicht erst seit diesem Jahr, aber trotzdem natürlich ein Schuh, der beispielhaft für genau diese Art von gehyptem Schuh steht, finde ich. Der jetzt übrigens vom Onizuka Tiger Mexiko 66 abgelöst wird, wie ich gesehen habe. Ich dachte vom Handball. Ja, nee. Heidi Biber, Bella Hadid, alle tragen schon den Onizuka Tiger. Auf TikTok geht er auch schon durch die Decke. Dann ist es feier Abend. Und es macht auch eigentlich Sinn, wenn man sich so diesen Retro-Low-Profile-Trend überlegt, weil die haben ja eine noch dünnere Sohle gefühlt. Oder nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich. Von daher kann ich das schon verstehen, dass das passiert. Aber, und das meine ich, das sind Trends, die jetzt irgendwie anders entstehen. Nicht durch, klar, wenn Travis Kopf was macht, dann wird es immer noch gut funktionieren. Da werden die Leute immer durchgehen. Natürlich, muss man sich auch nichts vormachen. Aber, ich meine, Yeezy ist weg vom Fenster. Ich meine, klar, jetzt ist dieser sehr interessante, diese sehr interessante Drop-Strategie, mit denen Yeezy ist jetzt halt nochmal rauskommen. Aber, ja, so was diese klassischen Hype-Sneaker betrifft, Luft ist nicht vielleicht raus. Die Luft, also, vielleicht ist die mal ein bisschen weniger die Luft jetzt, aber die wird auch wieder kommen, bin ich mir sicher, weil es geht ja eh mal alles in Zirkeln. Aber, ja, es sind jetzt einfach Schuhe, die durch andere Kanäle einen Trend erfahren. TikTok zum Beispiel. Ich meine, wie hat jetzt mit dem On The Zooker Tiger geht es jetzt gerade los irgendwie gefühlt. Dann gibt es aber so einen Campus 2000er, der bei TikTok durch die Decke gegangen ist. Stimmt, ja. Dieser Vans New School, also kein U-School, so ein TikTok-Hyper, der dann auch tatsächlich überall ausverkauft war. Stussy 8-Ball nicht vergessen. Stussy 8-Ball. Ich habe, wir haben jetzt hier gerade in Berlin das Tussy Archive Sale auf der Torstraße. Ich habe tatsächlich eine Mesh-Shorts mit dem 8-Ball gekauft. Nicht wegen des Trends. Sondern für TikTok. Sondern für TikTok, genau. Damit ich da endlich mal auch ein bisschen viral gehen kann. Nee, aber stimmt, genau solche Sachen. Und das ist eine sehr spannende Zeit, wie ich finde, weil das so unvorhersehbar ist alles. Man kann so wenig planen. Auch da kann man natürlich Sachen platzieren, sicherlich irgendwie. Aber vieles entsteht einfach so natürlich. Und das ist eigentlich auch wieder ganz cool, weil das lässt einfach so ein paar Fragezeichen im Raum stehen. Man weiß halt nicht, was kommt und warum passiert es auf einmal. Und das ist schon eigentlich ganz cool. Auch wenn ich jetzt kein großer TikTok-Fan oder Freund bin. Weil ich finde es nach wie vor auch sehr fragwürdig. Aber es ist trotzdem relevant gleichzeitig. Das hatte ich.